Herzlich Willkommen zu B3. Hallo Freunde. Hier ist der Andi mit Eddy. Wir machen da ja nice party. Lass dir mal helfen. Ich war hier gerade in so einer Kanalisation und hab ein paar Sachen abgegrast. Okay. Oh, paar Sachen. Nice. Schieße auf Deos Schurkenblickmaske. War das so ein dicker oder ist? Ja. Hey, geil. Agent D. Der ist auf unserer Seite, der Boy. Ach echt? Ja. Egal. Aber der hat uns doch schon mal geholfen. Der? Doppel D7 oder wie der heißt. So. Ja, kann sein. Stimmt. Das ist richtig. Boah, der ist ein starker Typ. Heftig. Beschütze Agent D. Schieße auf Deos Schurkenblickmaske. Das haben wir schon. Okay. Oh, heil. Ich bin doch. Willst du mich kurz supporten, Boy? Yes. Ich hab ja wieder ein neues. Danke. Wow, was ist denn hier los, ey? Spann dich mal alle. Oh, jetzt könnte ich supporten. Oh, ich komme. Erlebe auch wieder. Oh, der Robo. Robo Pop ist wieder da. Nice. Ja, du musst auch. Darfst nicht vergessen, ja. Oh, hier ist Elektro. Oh, das haben wir geschafft. Nice. Und Saiyajin, gib mir deine Dings. Okay. Kann aber nirgends mehr aufstehen. Jetzt müssen wir noch Schleichfuß finden. Jäger von Beruf, ein Geheimbriefkastenmeister. Er hat Abhörgeräte aufgestellt, um Infos über die KDK zu sammeln. Dann komm ich hoch. Check sein Versteck und finde heraus, wo sie vor hat. Über die Treppe. Oder klettern oder was du gerade gemacht hast. Klettern, boah, ey. Hey, du bist so schnell mit dem Ding. Krass, ey. Naja. Warte, ich mal regeln. Ich werde im Briefkasten hier sagen, was. Clay, ich hoffe, du hörst das hier. Einer der Schocken ist jetzt wohl bei den KDK. Ich hoffe, er muss besser herunterzugeben. Finde mich, dann erfährst du mehr. Dieses Echolok zerstört sich... Hey, der E-Mode-Guy. Hast du einen Fortnite oder was? Ja, klar. Ich glaube, klar. So. So ein Scherz, Clay. Ich würde dich nie töten. Wir sind deine Familie, Kumpel. Mhm. So. Wir prüfen das Geheim-Depot. Depot. Okay. Dann prüfen wir mal das Geheim-Depot. Depot, okay. Schauen wir mal, was es da so gibt, ey. Geheim-Depot hört sich jetzt nach Waffengeilen und so an, aber er wird wahrscheinlich ein Null sein. Ich finde das. Ja. Daily Business. Yes, sir. Da war ich hier oder was? Das ist das Geheim-Depot. Das ist das Geheim-Depot. Scheint so. Ich habe einen Ableger des Brackwasser-Clans infiltriert. Die Schlamm-Natten. Aurelia hat einem der Schurken das Eden-Sieben-System im Tausch gegen ein Schlüsselfragment angeboten. Ich weiß nur noch nicht wem. Wenn du nichts mehr von mir hörst, Kumpel, geh vom Schlimmsten aus. Dann bin ich hier wirklich tot oder gefangen. Aber komm mich trotzdem suchen, ich würde das auch für dich tun. Schleichfuß ist ein verrechter Bastard. Wir kennen uns schon lange. Du musst ihn finden, Kammerjäger. Juhu. Ich finde Agent Slide... Was? Schleichfuß, okay. Da hinten, Boy, oder was? Ja, ab da hin. Würde ich sein. Sayajin, dann. Drinkball, Drinkball hast aber alle Folgen geguckt. Yes. Warte nur auf die Neuen. Nois. Kommen eigentlich Neue? Warte mal, hier ist irgendwas. Wurde ja noch eine Staffel angekündigt mit neuen Bösewichten und so. Ah, ja, ja, stimmt. Ah, genau, das meinst du. Ja, genau. Wir müssen da hin, warte mal. Nee. Ich glaube, wir können auch von hier, wenn wir das hinkriegen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir einen langen Umweg gehen. Oh, das geht. Guck mal. Ja? Hallo. Ich bin hier, Boy. Hallo. Was hast du getan? Auf das Müllhäuschen und dann da oben einfach rüber springen. So. Ach so, da stehst du schon neben mir, Boy. Ja, ich bin außen rumgelaufen. Ach so. Deine Tage sind gezählt, Mann. Ah, ah, ah. Hab nichts gesehen. Ich glaube, schaffst du? Mh, äh, knapp. Doch, ich schaffe, ich schaffe. Komm, 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 ich helf dir sonst. Sag Bescheid. Nein, ich schaffe. Jetzt bin ich tot, ey. Was musst du mir helfen? Ja, mach ich gleich. Roboter, Roboter. Warte, warte, warte. Ich hab's, ich hab's aber geschafft. Cool. Oh, ich bin wieder aus dem Roboter rausgeploben. Uff, uff, uff. I can't live, Fools. Where at, though? Boah, ey, was ist denn hier los, ey? Was schaffst du? Jetzt schaffe ich aber. Ich kann dir helfen. Boah, jetzt lieg ich, ey. Ah. Komm, Boy. Boah, ich hab's fast verhalten. Ich brauch Hilfe, Boy. Ich bin tot. Toll, ich auch. Ich hab ihn eigentlich getötet noch, ey. Boah, fuck. Erstmal das Sterbe in dieser Session. Ich wollt grad sagen, ey. Wie oft bist du? Sag, ich bezahlt jetzt, ey. In der Session? Jetzt auch zum ersten Mal. Boah, ey. Sag, ich vielleicht bezahlt. Sag, du bist da hinten. Jetzt geht's wieder direkt in die Action. Ich halt mich diesmal aber ein bisschen was zurück. Ja, du musst deinen Roboter benutzen. Der hatte ich, ja, wollte ich, aber ich bin direkt wieder rausgeschlossgelogen. So blöd. Ich regle jetzt, boah. Oh, unterwegs. Ah, ich muss gleich nochmal zu dem Automaten meine ganzen Waffen verkaufen. Ja, der Typ ist jetzt schon hier, boah. Da oben ist er schon. Komm gleich. Öffne den Käfig. Ja, wie? Ach, hier. Du bist da am Verkaufen grad, oder was? Ich glaub, jetzt kommt aber eh kein Boss. Okay. Oder hast du einfach alles voll? Ich hab alles voll. Ach so, okay. Okay, okay. Dann drück ich schon mal. Boah. Oh, shit, ey. Sniper Action mach ich ein bisschen. Boah. Boah, dieses Shit ja neben mir, ey. Ja. Slum hat einen Plan mitgelegt. Uuh. Wieso, ich muss versuchen sie so schwach, ey. Ich glaub, wir müssen zu zweit, äh, kombiniert immer vorgehen, weißt du? Ja, unbedingt. Unbedingt. Ja, nice boy, das ist gut, ey. Ist das nicht ja ganz 7D? Ah, das sieht so aus, ne? Aber dann haben wir down. Da hinten eine. Meine Drohne schnappt die sich gerade. Boah. Verdammt, dieser Verräter wird bezahlen. Sieh nach, wo Schleichfuß gewesen ist. Seine ID sollte noch da sein. Die sind unzerstörbar. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von meiner Crew sagen. Ach, ne? Okay. Okay. Boah, hier mal dieser Supererei. Aber das ist doch Flay, äh, Flay, äh, Flay, äh, sein Flint. Äh, sein, sein Fatal Flint, ey. Entschuldigung. Boah. Was denn hier? Mal checken, wir sind Bäume ab, ey. Zum Verkaufen immer gut die Waffen. Du rennst immer so da durch, ne? Obwohl hier, äh... Ich steh doch hier bei denen, ne? Die Gegner sind. Ja, hier hinter dir sind die auch voll wieder. Ah, ja, dieser eine da. Muss ja für dich auch was lassen. Oh, pass auf, hier ist so ein scheiß Ding. Und gerade der sagt dann, oh, wir müssen als Team vorgehen. Oh, warte, ich helfe hier gleich. True, ich hab schon... Hier ist diese Maschinengewehr. Boah. Wow, feuer. Boah, hier ist wieder so ein Ding-Waffe, ey. Starke Viecher, ey. So. Das kann ich dir mal sagen. Oh, hier ist so ein goldenes Ding, ey. Goldene... Oh, nice. Das war weg, ne? Scheiße. Ja, wir waren zu langsam. Fuck. Too slow. Too damned. Sicher den Dock. Okay, boah, jetzt wieder Geballere vom Feinsten. Was denn sonst? Boah. Boah. Wo sind wir denn, da unten, oder was? Okay, sicher der Docks, boy. Boah, das war gerade heftiger Leck bei mir. Oh. Hat schon wehgetan in meinem Auge. Boah, bei mir war auch gerade ein heftiger Leck, ja. So eine Sekunde so, dass Bild voll gefreezt, kann man sagen. Ja, ja. Ich hab dachte schon, nein, das ist nicht abgestürzt, oder hängen geblieben, ey. Oh, ich hänge. Wer schießt denn da auf mich, ey? Kannst du mir helfen, boy? Ah, ja, warte. Ich fahr mal. Ja, das Problem ist, dass wir nicht selber down. Oh, scheiße, ey. Oh, ich brauch irgendeinen Typen hier. Ah, ich bin down, ey. Scheiße, ey. Ja, diese Goalias, die besiegst du nicht einfach mal eben so, ey. Do you feel me? Ja. Oh, Mann, fast hätte ich ihn gehabt. Schon das zweite Mal gestorben, das gibt's nicht, ey. No! Nein! 9.000 hab ich bezahlt. Du? Muss ich mal gucken, sag ich dir jetzt. 5.255. Ja, das ist immer davon abhängig, wie viel Geld du hast, ne? Genau. Ich hab mein ganzes Geld ausgegeben für die Rucksack-S-E-U. Damit ich mehr Zeug mitnehmen kann. Ja, boy. Trotzdem immer alles voll. Ja. Geil. So, wo sind die zwei? Boah, hier sind nicht mehr viele. Oh, hier ist so ein super rasender Goliath. Ja, das ist der, den ich wahrscheinlich fast gedownt habe. Oder? Nee, das ist ein anderer. Oh. Wow. Super rasender Goliath. Wow. Dann nähert sich ein Dropship. Bitte geh in Deckung, Kammerjäger. In Deckung? What? Okay. Wow. Cool. Dropship. Das hat er? Ja. Dropsipping. Hey. Warte. Das Ding ist down. Oh. Ja, klar. Ich werde mal ein paar ausschalten hier. Oh, nice, ey. Wo schießt er eigentlich? Von da oben wahrscheinlich, ne? Da oben ist noch einer. Der Goliath. Der wird jetzt zum super rasenden Scheiße. Ja. Oh, pass auf, wenn er schlägt, dann verlierst du direkt fast dein ganzes Leben, ey. Cool. Cool. Dropships kommen den ganzen Tag über rein. Die Kultisten betreiben einen Organhandelring. Sie schlitzen arme Schweine auf und verkaufen ihre Innereien überall in der Galaxis. Also habe ich einen Scanner platziert, um ihre Lieferungen zu verfolgen. Verflickst nochmal, der Schiffscanner ist im Arsch. Du musst auf den Kran klettern, um das verdammte Schiff zu reparieren und in Position zu bringen. Ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwas ist. Ich komme auch. Ich komme auch. Da ist der Schiffscanner. Oh, schön. Oh, nice. Gehen wir hier hoch, oder was? Was? Das ist das Teil? Ist ja sehr kompakt. Ja. Ich gehe mal hier hoch. Sieh nicht runter, sonst scheißt du dich nur ein. Sonst scheißt du dich nur ein, boy. Uff. Boah, was machst du da? Hier, müssen wir hin. Nach unten. Ihr blockiert. Tritt ihn oder so. Danke. Ich hasse diese Penner. Und du bist eine echte Hilfe. Boah, du legst mich hier nicht runter. Ne? Was sollen wir denn hier machen? Achso, da. Ah. Ähm, okay. Die Schiffe sind schon brutal aus, ey. Mhm. Oh, der, 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 oh, der. Boah. Ey, was ist das denn hier? Boah, help me though. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Duck dich, duck dich und heil mich. Oder steh und heil mich. Ja, wow. Aber wir können ja kein Damage mehr machen in diesem Dropship. Ja, weil das so blöd, äh, hier dieses Geschütz von uns weggedingsd ist. Wow. Oh, nein, ich bin runtergesprengt worden. Ähm, ja. Ich kriege gerade mega Damage hier. Ich stehe dir von hier oben, Support. Wow. Ja. Jetzt kein Support mehr, aber ich muss mich jetzt mal regenerieren. Das ist diese Schlag auf die kaputte Schurkenblickmaske. Ah, warte. Oh, ne. Töte die Kultisten. Also, wir müssen auch mal die Typen da unten töten, ey. Ja, ich bin gerade dabei als Kobo. Ja, ich helfe dir von hier oben. Komm, komm. Ich hab noch mehr, meine Angst. Krise. Boah, ey. Wer trifft mich denn von hier, ey? Ehrlich, wo ist das? Wow. Wer hat mich hier oben erwischt? Boah, scheiße. Oh, so schnell komm ich ja leider auch nicht hoch. Warte, ich komm zu dir runter. Kannst mich hier... Tatsächlich komm zu dir. Ja, was bringen wir da runter? Das Haus runter. Ja, hier. Ich komm hier hin. Boah, nice. Danke, kein Bock Geld zu verlieren. Kumpel. Tö. So. Hör. Das war krass. Ich bleibe hier und schieße auf die KDK. Einfach so. Warte, dich kennen zu lernen. Wo? Ach, der ist da oben, ne? So, okay. Okay, wohin jetzt? Na ja, das ist mein Büro irgendwie. Dominos Büro. Wenn das schon in so Anführungszeichen geschrieben ist, dann bin ich mal gespannt, was wir da finden. Hey, 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 hey. Okay. Okay. So, wenn du diese IDs gescannt hast, sollte der Beutefinder uns direkt zum Fragment führen und zum Verräter. Kommen wir da einfach so hin jetzt? Oder müssen wir da wieder... Können wir supporten zufällig? Die Schurkenhöhle war das doch, ne? Äh, glaube ja. Ja, dann können wir uns ja hinporten. Okay, dann machen wir das doch, ne? Auf die Knie gestoßen. Boah, das zieht. So, Schurkenhöhle. Yeah, ich bin unterwegs. Gut, jetzt schieß auf die Konsole. Nur ein Scherz. Mach das Blut nicht. Tö. Das ist sündhaft teure Technik. Scanner einfach die IDs und aktiviere den Beutefinder. Da, mach mal rein. Pumpgun, Hacker, Eddie. Zugang gewährt. Yeah. Caution. Das ist der beste Finder, den man kaufen kann. Besser als Drohnen, Bots und der ganze Scheiß. Und das in jedem erdenklichen Test. Und ohne weitere, du weißt schon, das hochtrabende Wort für warten, kommt nun das Ergebnis. Der Beutefinder. Okay. PoloJubber. So einen hab ich mal für einen Anscheinjob benutzt. Das müssen wir dem Beute folgen, oder was? Das sieht so aus. Nimm den Jabber, wenn du etwas finden willst. Schnell wie der Teufel, mit deiner Nase wie ein Bluthund. Wir haben das Vieh digitalisiert, damit es nicht in jede Ecke kackt. Ich stehe nicht so ein Code. Folge dem Jabber. Folge den Beutefinder. Ohne weitere Umschweife. Absolut Kerl, den ich mal umgebracht habe. Ein hechter Trottel. Er hat ein Buch und so. Er hat ein Buch und so. Voll der Trottel. Aber der kämpft auch? Ja, krass. Guck mal. Was mit ihm schnacken sollen, bevor ich erledigt habe. Mit ihm schnacken sollen. Ja klar, das ist ja ein Jabber, nur digitalisiert halt. Ach so. Der Jabber ist sauer. Man merkt, der greift ja an. Oh, ich fliege, Boy. Ich gleich auch. Hilfst du mir? Ja, oh, ich hoffe, ich kann nicht als Roboter healen. Ja, kann ich. Oh nice. Neue Stärke bekommen noch durch den scheiß Ding. Geist oder so. Boah, ey. Ich habe ja gar keinen Durchblick. Und diese Geister immer, ey. Die nerven echt voll. Ja, Mann. Mit einer Armee von Javon könnte ich den Planeten überleben. Ich meine ja nur. Komm mal an. Hook, mein Bruder. Hook. 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 So, ich merke es, das Ding ist stark, ey. Wow, das war nicht der Übel. Der Jabber. Genau das Richtige für uns. Na? So einen Klon bräuchte ich nicht, das ist fatal scheiß. Heftig, so stark, ey. Der bringt uns Erfahrungspunkte. Der bringt uns Erfahrungspunkte. Oh shit, der hat ja mal sich jemanden gekrallt. So, nice. Was war das jetzt? Ach so. Komm, Jabberino. Jabberino. Führ uns zu unserer Beute. Ach, der greift hier. Wie geht denn hier die ganze Zeit an? Teeh. 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 Was ist das denn? Wow, Vorsicht. Da läuft hier hin, guck mal. Ich habe hier so ein Giftding aktiviert. Müssen wir anscheinend hier hin. Boah, ich nehme einen Aufzug. Yes, sir. Der Jabber sagt, das Fragment ist gleich da oben. Gut gemacht, kleiner Jabber. Mach dein Ding, Baby. Und geht wieder. Holen wir das Fragment und finden wir heraus, wer die Schoten betrogen hat. Jabber, Jabber. Jabber, du. So, jetzt können wir hier was verkaufen wahrscheinlich. Können wir voll machen. Pistole voll machen. Pistolliert? So, dann finden wir mal raus, wo das Schlüsselfragment ist. Nehmen wir den Bosskampf in dieser Folge oder in der nächsten Folge mit? In der nächsten, Boy. In der nächsten, okay, alles klar. Ein willkommener Hande. Weiter rein, ciao, ciao. 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 Ciao.